Einmal anschalten. Das ist schon lässig. Das ist ein cooles Setup. Ja, vor allem das funktioniert. Das ist so easy. Ja, das ist mega gut. Und mit Harrys Laptime hat das ja nie richtig funktioniert. Okay. Und hinten, das ist eine 5? Ja. Die 8 hat den Vorteil, dass die ihre eigene Befestigung mitbringt und kein Gehäuse mehr braucht. Ach so, ja, ja, ich sehe das. Okay. Das ist wirklich cool. Hast du dann auch weniger diese Klirrgeräusche? Gar nichts. Null. Das ist ja schön. Das ist sehr schön. Ich habe schon fast Angst an Flüssen, wie ruhig das Auto liegt. Das ist echt beeindruckend. Die Schrauben – das ist ein Schrauben. Das ist ein Schrauben. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR der nicht gesehen hat. das war wieder Ego. die Claire hier ist das echt beeindruckend, wie flach das Auto ist beim Übergang von der Bremse ins Rollen und dann aufs Gas. normalerweise hast du ja dann, dass die vielleicht manchmal so nach vorne einknicken mit dem Fahrwerk, aber der hier ist ja quasi so auf einem Niveau schön flach. da sieht man den auf jeden fall gut. ich stand vorhin da, ich hab dich auch einmal fahren sehen, weil hier ein Golf 5, der ist ja auch auf die Wiese gekommen und hat fast das Auto verloren. ja, aber nicht fast. ok. und? ok. 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 ja, das hat niemand hier geschafft bis hin hin Kies zu transportieren. unglaublich. Ich finde hier den Berg hoch, das ist immer so, da sieht man noch, ob ein Setup gut ist oder nicht. Der schluckt die Welt hier echt mega gut. Der schluckt die Welt hier. Ich kann eigentlich schon beim Kurveneingang wieder aufs Gas gehen. Naja. Bist du schon einer der 8er-Gölfe gefahren? Ne, noch nicht. Ich muss auch nicht sagen, was man liest, habe ich auch keine Rechte Lust dazu. Also fahrerseitig sind ich ja von jedem Zweifel ab, sollte ganz gut sein. Fahren auch gut so, aber dieses Bedienkonzept, ja, das ist so der große Kritikpunkt. Vielen Dank. Tiefentags aber ganz schön mit Golfen. Das ist doch geil, oder? Ja, so finde ich doch. Das hätte es beim TT nie gegeben. Nein, keine Chance. Dann finde ich das hier aber besser. Jetzt kann ich sie da nicht demonstrieren. Ja, lass rollen. Ich hatte schon verstanden, was du meinst. Aber da muss man, finde ich, dann musst du mehr abbremsen, um die Links zu bekommen. Ja, richtig. Ja, ich habe es gesehen. Alter. Der ist aber auch tief. Die Runde hat echt Spaß gemacht. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Sehr gerne, wenn es gefallen hat. Es ist meine Freude. Schön ist, dass das Ganze so komplett unaufgeregt geht. Ja. Dass du kein Messer zu schnell zählen gehost, oder die Kiste bis auf den letzten Tropfen... Ja, das ist schön.